Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Türchen Nummer 3 vom Adventskalender von Diamond Painting Deutschland und ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Ja, wie die Zeit doch rennt und wir machen gleich mal Türchen Nummer 3 auf. Das ist auf jeden Fall auch gut gefüllt. Und dort haben wir nämlich Federn drin. Wir machen das Ganze einmal mehr auf. Und ich lege das mal so halbwegs ins Bild. Und dann holen wir einfach mal das Ganze hier raus. So, also die kann man auf jeden Fall dann noch hier dran machen mit so einem Steinchen auch noch. Ja, ich schätze entweder kann man die dann auch schön aufhängen oder auch tatsächlich kann man das bestimmt auch als Lesezeichen verwenden von der Größe her. Die be-paintet man dann auch. Man kann dann die Folie abziehen und dann das Ganze be-painten. Und hier haben wir tatsächlich unterschiedliche Strasssteinchen drin. Größere Strasssteinchen, auch Tröpfchenformen. Und sogar, das Orange ist eine AB-Farbe, wie man erkennen kann, die hat so eine schöne Beschichtung. Und hier sind noch ein, zwei andere AB-Farben drin, wie ich sehe. Auch so ein schönes, schönes, schönes Grün da drin. Ja, schreibt gerne mal rein, wofür ihr die verwenden wollt. Wollt ihr sie dann aufhängen oder benutzt ihr sie für andere Dinge? Schreibt es gerne mal rein. Das kann man ja dann individuell entscheiden. Entweder als schönen Anhänger oder beispielsweise auch als Lesezeichen kann man das bestimmt benutzen. Man kann das auch bestimmt sehr, sehr gut verschenken. Auf jeden Fall mega schön, auch die Farben blau, gelblich und mehr lila. Ja, schreibt gerne mal rein, was hattet ihr heute so in eurem Adventskalender. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Türchen Nummer 4. Bis dahin!